Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr hört, bin ich ein bisschen krank, deswegen hoffe ich das zu entschuldigen, denn dann gibt es natürlich auch keine Cam, weil ich sehe absolut tot aus und das möchte ich euch nicht antun. Aber ich habe trotzdem ein Video für euch vorbereitet, nämlich ein Video, wo ich hier meine Animal Crossing Bewohner in die Sims darstelle. Ähm, und ja, also ich finde, es ist echt süß geworden und ich hatte die Idee schon länger und jetzt wollte ich das einfach mal umsetzen und ja, ähm, ich habe jetzt in diesem Video drei Bewohner erstellt. Das heißt, es fehlen noch sieben und wenn euch das Video halt gefällt, dann können wir natürlich dann so eine kleine Serie daraus machen, wo wir dann auch die restlichen Bewohner erstellen. Wenn, also wie gesagt, wenn es euch gefällt, wenn nicht, dann machen wir es halt nicht, aber ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, weil das sind alles sehr süße Mäuse und ja. Ich habe halt auch nicht nur diese typischen Bewohner, äh, die so gefühlt jeder hat, in Anführungszeichen. Ähm, ich meine Elisa oder so, die hat jetzt ja jetzt schon nicht jeder. Und ja, ne, also müssen wir halt mal schauen, ne. Und ich habe mich halt immer an den Artworks von New Horizons irgendwie, ähm, ge, 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 wie heißt das? Ich habe mich daran, äh, orientiert, genau, ähm, wie ihr hier bei Elisa auch seht, dass ich halt geschaut habe, dass ich halt, äh, einen Pullover gefunden habe, der halt irgendwie relativ ähnlich aussieht, den selben Style irgendwie findet, also, ne, weil sonst, finde ich, passt das halt einfach nicht so zusammen. Ähm, also, weil sonst, also ich möchte ja diesen, äh, diesen Charakter darstellen und demnach muss das ja auch irgendwie passen. Und deswegen, ja, ich habe ihr ja halt auch so einen Blush gegeben, weil ja in ihrem Artwork der ja auch so ein Blush ist und so. Und ja, ich habe sie mir halt mit blonden Haaren vorgestellt, weil sie ja halt auch oben so gelb hat. I don't know, ob das jetzt, ähm, so repräsentativ ist, aber es ist ja auch nur eine, was wäre, wenn sie ein Sim wäre. Wie würde ich sie mir vorstellen? Und ja, sie ist halt einfach eine süße Maus geworden und so stelle ich sie mir halt einfach vor, ne? Also, einfach eine süße Maus, weil Elisa ist im, in Animal Crossing auch eine sehr süße Maus. Und ja, genau, als nächstes kommen wir tatsächlich zu meinem Lieblings-Animal-Crossing-Bewohner, nämlich Annette. Also, ich liebe sie einfach. Ich habe auch eine Amiibo-Karte von ihr und ich habe sie auch in New Leafs schon gehabt. Und jetzt halt in New Horizons wieder. Und ich liebe sie einfach so sehr. Sie ist seine süße Mausie. Es sind beides bisher ausgeglichene Charaktere. Also vom Persönlichkeitstyp her. Und ja, die sind einfach cute. Einfach nur cute, Leute. Ich liebe es sehr. Ja. Und ja, also da wollte ich mir natürlich dann besonders viel Mühe geben, um sie halt darzustellen so. Also, weil sie ist ja mein Lieblingscharakter. Und da möchte man natürlich dann auch, dass es besonders schön wird, so. Aber ja, also ich finde Elisa trotzdem noch ein bisschen besser getroffen, to be honest. Aber ich finde, Annette ist trotzdem letztendlich sehr, 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 sehr süß geworden. Wie kann man bei der Vorlage auch nichts Süßes erschaffen können, so, ne? Also, wie süß kann man einfach sein? Ehrlich. Und ihr habe ich jetzt braune Haare gegeben, weil sie hat ja in ihrem Artwork da oben auch so ein bisschen braun. Und wenn man jetzt sagen will, das wären halt die Haare so, dann hätte ich, habe ich ihr halt auch braune Haare gegeben. Habe geschaut, dass ich ihr eine Frisur gebe, wo die Haare auch so ein bisschen rüber gehen. Da habe ich sehr lange für gebraucht, etwas zu finden, was irgendwie dazu passen würde, zu dem, was ich mir so vorgestellt habe. Aber ich finde letztendlich ist es doch recht repräsentativ geworden. Ja, also ich mag es einfach gerne. Und da, also es sind super süße Mausies, ja. Und, ja, also so einen roten Mantel zum Beispiel zu finden, war jetzt an sich nicht so schwer. Da haben wir ja schon ein paar im Spiel, ob als Cousin Content oder vom Spiel selber, gibt es ja schon ein paar Sachen. Und, ja, ansonsten, da die beiden ja ausgeglichen sind vom Stil, habe ich die ja beide natürlich sehr süß gemacht. Aber wir haben als dritten Charakter nochmal einen kleinen Break. Der zwar an sich vom Artwork her auch süß aussieht, aber vom Charaktertyp nicht so süß ist so, you know. Also da habe ich halt dann vom Stil her das auch ein bisschen anders gestaltet. Das werdet ihr dann aber noch sehen. Ich habe für Annette, wie gesagt, noch am längsten gebraucht. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen beharren auf Annette. Und da habe ich endlich eine Frisur gefunden, die zu dem gepasst hat, was ich mir hätte vorstellen wollen. Auch wenn der, also der Scheitel quasi zur anderen Seite geht. Also ich hätte es mir lieber zur anderen Seite gewünscht, tatsächlich. Aber it is what it is. Wir werden es überleben. Ich fühle es, wie gesagt, trotzdem sehr, sehr süß. Und ich denke schon, dass man grundsätzlich verstehen kann, wen ich hier erstellen wollte, wenn man halt den Charakter daneben hat. Ich denke, so an sich würde man die nie erkennen. Weil, also wer würde schon denken, wenn man diesen Sim an sich sehen würde, dass es eine Ziege ist oder ein Elefant oder was auch immer. Ich habe kurz einen Break gemacht, deswegen hoffe ich, dass hier trotzdem alles passt mit dem Zeitraum und so. Weil, ich musste leider husten. Yay. Ich bin ganz so ein Profi und so in dem ganzen Thema. Oh wow. Aber so ist es nun mal, wenn man krank ist und trotzdem sagt, ich möchte ein Video machen. Deswegen muss ich jetzt einfach damit klarkommen, dass es so ist. Äh, ja. Normalerweise sind meine Voices immer ja immer komplett durch. Aber hier muss ich das dann schneiden, weil ich habe keinen Bock, dass ich euch hier voll huste. Ähm, ist halt einfach nicht so schön, ne? Also, muss man halt schon einfach mal so sagen. Ich habe übrigens hier sehr doll bei Annette gestruggelt mit dem, wie ich jetzt ihre untere Gestaltung halt dann machen möchte. Also, klar, also erst wollte ich ihr so einen Rock geben oder so. Aber wenn, dann waren die viel zu cool, so was ich mir bei ihrem Charakter halt voll nicht vorstellen kann, weil sie ja schon so eine schüchterne Mausi ist. Und keine Ahnung. Und all die Hosen und so haben irgendwie auch nicht zu denen gepasst, was ich ihr, also was ich bei ihr sehen würde. Und keine Ahnung. Und dann wollte ich ihr halt so eine Strüpfhose geben. Aber irgendwie hat man das dann durch die Socken halt immer so durchgesehen. Das sah dann irgendwie erst mal doof aus. Keine Ahnung. Also, ich habe wirklich wirklich lange gebraucht, ein bisschen was gefunden. Aber wo ich wirklich sage, ich kann mir vorstellen, dass sie so rumlaufen würde quasi. Aber, ja, letztendlich kommt man natürlich immer irgendwie auf einen Nenner zum Glück. Und das ist natürlich auch sehr gut. Auch weil es manchmal ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen anstrengend. Aber, ja doch, es war schon ein bisschen anstrengend, was zu finden, richtig. Aber, ja, es ist schon in Ordnung. Aber, ja, wir werden schon irgendwie finden, dass es, ne, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, genau. Aber, ja. Und, ich weiß nicht, ich glaube, wir sehen das schon Thorsten ungefähr. Und Thorsten ist mein dritter Bewohner. Der ist bei New Horizons direkt auf meiner Insel mit mir draufgezogen. Und er ist auch sehr süß. Ich kannte ihn vorher nicht, aber ich, ich mag ihn gerne. Er ist halt ein sportlicher Charaktertyp. Obwohl er jetzt nicht unbedingt danach aussieht. Aber ich mag ihn sehr gerne. Mir ist es halt ein bisschen schwer gefallen, ihn darzustellen, weil seine Augen ja einfach so zugekniffen sind, sag ich mal. Deswegen habe ich ihm einfach so ein bisschen schmalere Augen gegeben. Und ich dachte halt so einen etwas sportlicheren Haartyp. Äh, also Haarstyle würde halt auch ganz gut passen. Und deswegen, ich hoffe halt, dass ihr auch findet, dass es halt ganz gut passt. Und da er ja Orange als Farbe hat, wollte ich ihm ein bisschen dunklere Hautfarbe geben. Ähm, weil, ja, also die einen beiden Charaktere waren ja weiß. Deswegen habe ich denen ja auch eine sehr helle Haut verpasst. Aber ja, wie gesagt, äh, bei Orange dachte ich halt einfach, dass es besser wäre, wenn ich ihm eine etwas dunklere Haut gebe. Also, ja, ich denke, dass es halt einfach ein bisschen repräsentativer ist. Und, ja, genau. Und dann habe ich ihm halt einen sehr, also, oben halt wie in dem Artwork quasi, so ein Hemd, was unter dem Pullover ist. Und, und untenrum halt so typisch sportlich halt. So langsam müssen wir dann aber auch zum Ende kommen mit dem Talk hier. Und deswegen hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und ich hoffe, wir finden, also wir machen noch so eine kleine Runde mit meinen weiteren Charakteren. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.